Hey Leute, Toni, der Tutor! Mir geht's um Sachen, die heute falsch gemacht werden. Heute mit Rätsel. Und ich dachte heute wegen Fluglotsen. Also manche, die auch immer Fluglotsen sind, sind die mit, ähm... Das sind die Einwinker. Also die Fluglotsen, ähm... Die sind, äh... Eher, also eher am Computer. Eigentlich. Ähm... Und am Funk. Und würde ich sagen, das war's. Ähm... Und das war jetzt auch die erste Woche vom, äh... vom Rätsel. Ich find's total super, dass ihr so mitmacht. Haben wir nicht vorgeschnitten nächste Woche. Ähm, das ist auf jeden Fall schon echt spannend. Ähm, würde ich sagen, äh, sehen wir's beim nächsten Mal. Ähm, toll, der Tutor! Ähm, das war's. Ähm, das war's.